hey yo was geht ab freunde herz willkommen zu einem neuen video auf dem kanal ich bin server version und ja freunde heute mit einem last of us video auf diesem kanal das war zwei trailer wissen hat mir beziehungsweise heute nacht hatten wir das was für master abgeschlossen das große finale kam und das war richtig krass diga hat es hat richtig gut geendet wir haben noch ellie gerettet von den fireflies bevor das op begann und ist einfach rechtzeitig gekommen haben die frau getötet und sind mit ellie abgehauen genau und ja jetzt haben wir abgeschlossen der los was wie erwähnt und reagieren auf der last fast zwei trailer das bald glaube ich mal rauskommen wird und sagen wir lesen mal hier das mal durch game check auf jeden fall das kanal der kanal check das auf jeden fall ab offizieller der last was part zwei story trailer german deutsch 2020 fünf jahre nach den ereignissen von der last fast gern joel und ellie auf ihre reise durch die zerstörte städte amerika zurück ok das heißt fünf jahre später das heißt fünf jahre später diga einfach fünf jahre später so und das da hier könnte ich glaube ich mal die spiele das spiele vorbestellen und ja ich würde sagen wir fangen auch an alles eingestellt hier gut let's go man auf jeden fall nicht kino modus voll bild modus let's go fangen an viel spaß playstation ich weiß du willst dass die dinge an das war ich habe jetzt schon ganz haut auf ps pro aufgenommen oh mein gott elli ich wollte schon sagen ist das jetzt wenn das sind die fünf jahren vorgibt vorbei ging oder mein gott ellis richtig groß geworden boah also sie ist schon jetzt eine süße geworden ne ne teenager ist jetzt glaube ich mal erwachsen glaube ich noch nicht hey joel lol das ist ja richtig älter oh mein gott was mit ihm passiert wir haben das spiel erst gestern nacht also heute nacht durchgespielt wir haben joel noch gesehen gehabt und jetzt sehen wir joel so alt oh mein gott das sieht richtig krank aus das tun sie nicht oh mein gott hör bitte auf na viel boah dicker was haben die mit elli gemacht oh mein gott ey guckt euch die narben an boah was für schweine also elli ist eine süße geworden und ich halte mich bedeckt ich gehe morgen los ey tut mir leid dass ich die ganzen stoppe aber oh mein gott guckt euch das an man man kann pferde reiten in lauze fuß 2 geil auf jeden fall freue ich mich drauf man und guckt euch die grafik an digga das sieht so realistisch aus hier ist es richtig scharf und da wird es nicht so scharf und ja guckt euch die blätter oh mein gott ey geil einfach nur geil bei den leuten die gebräuchten wäre jackson lange wehlos war das tommy warte mal das ist glaube ich tommy ne weil joel sieht nicht so aus sie sollen also damit davon kommen wie hast du uns gefunden du kannst es nicht stoppen ich will was du willst aber nicht um jeden preis ich hoffe echt du schaffst es ich hoffe echt du schaffst es ich hoffe echt du schaffst es ich muss es beenden es gibt einen preis oh mein gott ey was mit dir passiert wir hätten dich töten sollen warte mal wir hätten dich töten sollen ey die stimme klingt wie die eine die zuletzt gestorben ist als joel mit elli geflüchtet ist wie ist die schon wieder amanda nein etwas mit m ne keine ahnung auf jeden fall die stimme klingt nach ihr ist die gestorben oder nicht digga ist die jetzt gestorben oder nicht ich weiß es nicht ja das war euer fehler ja das war euer fehler last of us part 2 19.26 oh mein gott das kommt einfach nächsten monat jetzt vorbestellen verfügbar freunde was soll ich noch zu sagen mini player komm ne was tun wir jetzt hier äh digga krank einfach nur krank erstmal ein like kriegt das ey ich man aber ist die jetzt gestorben ich weiß es nicht weil wenn die nicht gestorben ist dann wird es richtig kritisch damit dann wird sie uns jagen weil elli ist das heimittel und joel hat sie angelogen dass es sehr viele heimittel anscheinend geben wird beziehungsweise es gibt andere leute die auch testpersonen sind und so weiter joel hat sie angelogen und ja auf jeden fall wir werden das alles in einem monat erfahren bis dahin werden wir mit anderen projekten starten lasst euch überraschen mit was ich kommen werde und wir werden uns halt dann in einem monat sehen vielleicht wird eine halbe monat oder so weil das spiel das ich jetzt letztes beginnt werde vielleicht wird das länger gehen deswegen lasst euch überraschen das wird auf jeden fall kommen unterlasse fast zwei da könnt ihr ruhig entspannt sein das wird auf jeden fall dieses jahr noch kommen beziehungsweise bis zum mal wird das noch kommen und ja ich hoffe der trailer hat euch gefallen das reaction hat euch gefallen hoffe ich mal schreibt es in die kommentare wie ihr den trailer fandet und ja ich bin raus macht's gut haut rein und bis zum nächsten mal tschau